so übernommen leute übernommen achtung raushauen jetzt mal als erstes schilder lasst sie noch drinnen so lange dann können sie kein damage ich bin tot da war wieder keiner mehr dran jedenfalls tot sicher bin ich dran was war das denn da keine ahnung aber ich stehe hier am boss die ganze zeit hat er jetzt wirklich dings gecastet oder was nein alles was anderes bei diesen bellen gestorben die er die ganze Zeit auspastet da kamen dann zu wenig heilung weil zwei heiler im dings waren und Balotas verwendet ist super ideen nimmst du kannst aber nicht als einen heiler die gruppe hingehen nimmst du noch heilen nimmst du kannst aber nicht als einen heiler die gruppe gehen nimmst du noch heilen nimmst du ja gut mann wir haben ein bisschen ein block ja weil auch jeder ein eisblock hat ich wollte Balot raus weil dann hab ich ja irgendwie ein sleep gekriegt ne ich hab ja Balot noch raus geholt aber dann war der auf einmal insane tot aber ihr seid auch wirklich daran gestorben und nicht es sah halt so gut aus ne es sah richtig gut aus ne übernehmen irgendwie gefickt glaub mehr cds auf die kack übernommenen machen oder weil sonst cc'n die uns ja ja cds auf cc's und ihr müsst da halt abgesehen von dots alle drauf gehen irgendwas was kein dot macht wirst du doch haben ja ich geh ja mit drauf ich kann da halt teufelsflamme drauf schießen ja das macht halt nur so mäßig viel schaden ja das ist ja schön aber trotzdem müssen die raus ja ich mach das ja auch ist diese grüne strahl ist zwar auch ein gott aber das ist ja ein kontrollierbarer dort hört ja auch wenn du läufst oder ja ich weiß nicht wie es heißt wenn nächstes mal lebensentzug ja ja der macht noch weniger schaden blödsinn der macht aber das denn den man kontrollieren kann keine ahnung ja da kann ich besser teufelsflamme benutzen es ist ein instant der auch schaden macht ja ja so haben wir noch einen jeefs oder so ja so der ist gerade wie Aradius ja ich kann nicht wissen vielleicht wird doch irgendein Threat Respawn sein oder nicht ja aber erstmal können wir ja machen ja ja deswegen ist das ein ziemlich sagen die oben nicht spawnen ist alles gut ach man ey das war echt ärgerlich aber die ähm du sollst in die zweite kuppel caitlin ja nur die zwei mages gehen in die letzte kuppel despawn das problem war ich hab jetzt jedes mal waren da schon vier leute drin fix barlow äh und zwei anderen ja und welche zwei anderen kann halt nicht sein und noch irgendwer ja du und die drei die du genannt hast stehen da immer drin die melee stehen halt am boss die können da gar nicht sein also und die beiden mit zeichen sind immer im letzten da können keine vier weiteren drin sein hm geht ja nicht außer vielleicht irgendwie der böse Zwillingsbruder von barlow ja yuki waren da drin äh barlow fix und äh irgendwie noch sick genau und das sind ja vier und ich werde in die fünfte person äh nochmal barlow also grad eben war äh yuki barlow fix fix und sick drin und dann bin ich halt in die dritte kuppel jedes mal gelaufen weil ich da ja du hast vollkommen recht wir haben keine vier milis wir haben keine vier milis wir haben keine vier milis ja aber wir grad gegen den dk getauscht haben gucki vielleicht ein smidi teil ja okay warum fällt euch das jetzt erst auf fix hat ja die idee dass wir zweimal vier machen können aber wahrscheinlich hat er auch gedacht dass du mal mit denkst yuki ne ja natürlich selbstverständlich ist halt immer dasselbe mit yuki ne es wäre der boss wäre einfach nur zu eintrag sonst ähm alle meine mitte dann warte mal bevor yuki da reingeht würde ich halt eher sagen dass fix in den innersten geht weil der muss darauf über cast time heilen und dann steht ein heiler sofort oder ist das dumm gedacht ne ne ja kann man auch so machen ist mir eigentlich egal fix was sagst du ja also das macht keinen großen unterschied aber ich kann es gerne machen weil die bevor der schaden kommt bin ich in der zweiten und weil die auch immer ein boss daunt aber ich gehe mit rein ja gut nur dass wir uns jetzt mal einigen ganz kurz ja ich gehe mit rein in die mili ok du bleibst dann da wo du warst und danke caitlin dass es dir als einzigen hier aufgefallen ist sehr gut ja ich bin fast deswegen gestoppt war nach 20 tries aber naja ja oh hab ich ein zeichen weggenommen von euch ja voll willkommen wenn manches wissen ja was sie zu tun haben eigentlich ja egal ihr seht euch dann schöner und ich sehe euch ob ihr alles richtig macht mit deinem zettel richtig meine liste wer zu oft versagt muss am ende eine kiste bier ausgeben ja wenn vor allem was für bier glaub nicht dass ich da ganz oben auf die liste stehe also unseren lieben krieger tank würd ich da schon mal ja seh ein bisschen weiter vorne stehen achtung jetzt so ne wand ja hat exzellaufgarten über den proc gehabt oder wow da kann ja mal gar kein schaden rein ja man lernt ja auch dazu ne also manche leute also manche leute kaitlin rasen okay aber bitte echt bei den discs nicht mehr versagen das ist halt so unnötig ich buff mal kings nach ich bin halt unterwegs aber ja sollte ich es schaffen die schatten auf der erscheinung läuft halt echt ewig bis rüber was machst du? die schatten auf der erscheinung nachkommen schilder mili denk dran ne schilder 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 hier raus ich erinnere nur dran ich weiß du hast wahrscheinlich schon gemacht hat convert jetzt achtung du müsst ihr halt echt schnell rausholen in der letzte phase dort ist immer ewig ich glaube ihr denkt ihr denkt ich gehe lieber um boss oder so aber wir brauchen die leute wieder vor allem weil sie tot sind wenn man es nicht macht ja und dann auch nicht irgendwie lass sie doch erst einfach machen da kommen wir da convert halt nicht mit dots ne aber das ist ja klar convert noch mal achtung go go jetzt auf die leute ich bin gefiert oder so was kommen wir nicht raus ah fuck ey deine scheiße gewesen fixer oder bei allen dingen leid hast du nicht auf kudong gemacht ja hättest du auf cooldown machen müssen ersten kumpel cooldown übernehme ich so jetzt anstrengen einfach wir schaffen es aber ohne bomben so der macht sowieso keine dps so sieht's mal aus ja bei euch disx das sagt man ja auch ewig zeit wenn man vernünftig die ads macht aus dem kann ich euch so nicht spielen ist auch gut schilder kuppeln ich ziehe den ersten cooldown kuppeln ich ziehe den ersten cooldown hmmm Kuppeln wieder, Achtung go go herein und wenn ihr was habt anmachen Beware Yes Ja Nix ist tot Inzidon sorry Haben wir noch irgendwelche Heals CDs wenn noch mal Kuppeln kommen? Ich bin nicht Ich hab grad nichts Übernommen werden soll ich wahrscheinlich Convert jetzt go go Leute Erst Barlow erst Barlow Ich bin noch nicht raus Ich bin gestunnt Gefiert Go go Ich bin gestunnt Ich bin gestunnt Kuppeln Die Ich bin gestunnt Genau Die Mages bräuchte mich hier hin grad Anken? Soll ich anken? Äh, ja. Disks? Anhaltig. Ach, sch... So the anti-free, he strengthens our voice. Schilder, Achtung. Ne, sorry. Beware. Noch wer, also ist überhaupt ein Heiler noch da jetzt? Ja, aber ne. Aber ja. Ich hab nichts, nein. Oh, Mann, 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 ey. Oh, Mann, ja. Aber jetzt ist das Problem, dass die Leute zu früh verreckt sind, sonst hätten wir den. Ach. Gut, an meinem Tod kann ich jetzt nicht viel führen, aber... Ja, aber sowas hier am Anfang halt einen Disks verrecken, das brauchen wir halt überhaupt nicht. Äh, wir machen jetzt, wenn wir drinnen sind, äh, ne 5-minütige Pause. Jo, ist ne gute Idee. Und dann geht's weiter.